Christian Martin, kurz nach dem Spiel ist es immer schwierig, nach Lösungen oder Antworten zu suchen. Wie sieht es heute bei Ihnen aus? Wie schwierig ist die Suche nach Antworten auf das Spiel? Ja, es ist sehr schwierig. Ich glaube, wir müssen so spielen wie im letzten Drittel, mit dieser Verzweiflung, mit dem letzten Willen, um dort hinzugehen, was wehtut. Wieso, dass das immer 4-1 oder so muss, dass wir das machen im Moment, das ist für mich, ich persönlich gehe etwas unerklärlich. Das Frustrationslevel ist ziemlich hoch. Ich meine, wir sehen das wie die grösste Michis hier aus im Moment, das ist frustrierend. Es ist ja nicht erklärbar, nach dem Saisonstart, den wir hingelegt haben, der war ein sehr starker Saisonstart. Dann die zwei Matches gegen Zug, mit etwas Pech, einmal hoch verloren und dann einen schlechten Match. Wie schaffe ich das jetzt, diesen Turnaround hinzubringen? Ja, ich habe es schon letztes Mal gesagt, jetzt müssen wir in den Spiegel schauen. Aber wir müssen auch als Mannschaft zusammenfinden, wir müssen die Probleme angehen, nicht einfach Finger auf andere zeigen. Einfach wird es nicht, aber wir haben die Qualität. Allein das nicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich einfach über den Kampf versuchen zu machen, weil viel mehr Optionen haben wir im Moment gerade nicht. Die Liga ist zu gut, um das Gefühl zu haben. Oder um jeden Match zu hoffen, dass einer jetzt sieben Goals schiessen. Das wird auf jeden Fall so. Ja.